Tipp Nr. 46, Listenwahl ausgewertet, nun zu wenig Kandidaten des Minderheitengeschlechts vorhanden. Hallo und herzlich Willkommen, mein Name ist Dr. Matthias Versli, ich bin Fachanwalt für Arbeitsrecht und Referent bei der WAF. Werden die Sitze nicht mit der erforderlichen Anzahl von Vertretern des Minderheitsgeschlechts besetzt? So gilt, erstens anstelle des Bewerbers in der Liste, der nicht dem Minderheitengeschlecht angehört und die niedrigste Höchstzahl hat. An dessen Stelle rückt in derselben Liste der nach ihm benannte, noch nicht berücksichtigte Bewerber des Minderheitsgeschlechts nach. Zweitens ist in dieser Liste kein Bewerber des Minderheitsgeschlechts aufgeführt. So geht dieser Sitz auf die Liste mit der folgenden, noch nicht berücksichtigten Höchstzahl und mit Bewerbern des Minderheitsgeschlechts über. Drittens, die beiden bis hierhin gezeigten Schritte sind so lange durchzuführen, bis der Mindestanteil des Minderheitsgeschlechts nach § 15 Absatz 2 Betriebsverfassungsgesetz erreicht ist. Viertens, im Rahmen der Verteilung der Sitze des Geschlechts in der Minderheit sind in den jeweiligen Listen ausschließlich die entsprechenden Vertreter des Geschlechts in der Reihenfolge zu berücksichtigen. Fünftens, verfügt keine andere Vorschlagsliste über Bewerber des Minderheitsgeschlechts, so verbleibt der Sitz bei der Vorschlagsliste, die zuletzt ihren Sitz zugunsten des Geschlechts in der Minderheit nach Schritt 1 hätte abgeben müssen. Und damit diesmal dieser Wahlspruch. Geht's um das Geschlecht in der Minderheit, mach's um Himmels Willen g'scheit. Mein Name ist Dr. Matthias Ferstl und wenn Sie weitere Tipps zur Betriebsratswahl erhalten wollen, dann abonnieren Sie doch diesen Kanal. Dankeschön.